Ob Regen, Matsch oder Schnee, der Ghost 6 GTX von Brooks kennt keine Grenzen. Er ist mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Gore-Tex-Membran ausgestattet und sorgt für trockene Füße. Der Ghost ist ein toller Schuh für alle Neutralläuferinnen, egal ob Anfängerin oder Fortgeschrittene. Er punktet vor allem mit seiner Dynamik, die ihr sowohl im Training als auch im Wettkampf feststellen werdet. Die Zunge verfügt über ein neues Sandwich-Mesh-Obermaterial, welches die Atmungsaktivität noch erhöht. Das adaptive Dämpfungssystem DNA passt sich Gewicht und Tempo der Läuferin an. Das Bio-Mogo-Material in der Zwischensohle ist haltbarer als EVA und eines der ersten biologisch abbaubaren Zwischensohlenmaterialien überhaupt. Die Optimierung der Flexkerbenkonstruktion im Vorfußbereich lässt den Ghost noch leichter abrollen. Optimal eingeleitet wird dieser Vorgang durch das verlängerte Crashpad im Fersenbereich. Flüssiges, aktives Laufen mit gutem Komfort, so lässt sich die ausgewogene Mischung des leichten Spaßmachers Ghost 6 GTX von Brooks auf den Punkt bringen. Du bekommst sie natürlich in deiner Runnerspoint-Filiale oder hier online unter www.runnerspoint.com. 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 Vielen Dank.